Wir sind schon gestern in Tel Aviv angekommen. Gleich am nächsten Morgen, also heute, sind wir bei sonnigem Wetter zu unserer Rundfahrt aufgebrochen. Von Tel Aviv haben wir nicht viel gesehen. Das erste Ziel war Cäsarena. Die Stadt wurde nach dem Kaiser Cäsar benannt. Cäsarena ist einer der wichtigsten Ausgrabungsstätten Israels und liegt am Mittelmeer. Sie wurde 30 vor Christi angelegt. Wie in jeder römischen Stadt gibt es auch ein Hippodrom, in dem 20.000 Zuschauer Platz hatten und Pferde und Wagenrennen erleben konnten. Hier werden wir in der Mitte stehen. Aber ich muss so sagen, es geht Dance with Trained und Z Reading. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Durch das Karmelgebirge, auch der Weinberg Gottes genannt, ging es dann weiter nach Haifa und Akku, zwei Hafenstädte in der Nähe der libanesischen Grenze. Die höchste Erhebung im Karmelgebirge ist 500 Meter hoch. Haifa ist mit rund 270.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Israel und liegt am Hang des Karmelgebirges, unterstreckt sich vom Mittelmeer bis zu einer Höhe von über 400 Meter. Das Wahrzeichen der Stadt ist hier der Boa-i-Schrein, der mit seiner goldenen Kuppel majestätisch in den Persischen Garten thront. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Kippe endete in einer Bungalow-Anlage am See Genezareth. Sie gehörte einem Kibbutz. Ein Kibbutz ist ein ländliches Siedlungskollektiv in Israel nach kommunistischen Ideen. Es gibt kein Privateigentum. Die Ansiedlungen sind allerdings rückläufig. Der See wird hauptsächlich durch den Jordan gespeist, der hier durchfließt und im Totenmeer mündet. Am Nordrand des Sees Genezareth befindet sich der Berg der Seligpreisungen. Nach christlichen Überlieferungen soll Jesus hier seine Bergpredigt gehalten haben. Von hier aus hat man wunderbaren Ausblick auf den See und auf die Golanhöhen. Unterhalb des Berges befindet sich eine Kapelle. An dieser Stelle hat Jesus nach biblischer Überlieferung Petrus beauftragt, die Führung der Christen zu übernehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit einem Boot ging es dann zu den heiligen Städten Tapga und Kapernaun. Tapga liegt am Nordufer des Sees und ist eine christliche Pilgerstätte. Musik In einer Gaststätte am Sonntag Auf dem See haben wir einen Petrusfisch gegessen. Diesen Fisch soll es angeblich nur im See Genezareth geben. Dieser Ort wird mit der überlieferten Brotvermehrung durch Jesus in Verbindung gebracht. Im Juni 2015 ist das Atrium der Kirche durch Brandstiftung schwer geschädigt worden. Die Reparaturkosten der Brandschäden in Höhe von 1,6 Millionen Euro trägt der israelische Entschädigungsform. Die Reparaturkosten der Brandschäden in Höhe von 1,6 Millionen Euro trägt der Angelegenheit. Die Reparaturkosten der Brandschäden in Höhe von 1,6 Millionen Euro Aus dem heiligen Ort Kapernaun stammen mehrere Jünger Jesus. Hier befand sich auch das Haus von Petrus. Darüber befindet sich jetzt eine Kirche. Jesus hat hier mehrere Jahre gelebt. Der Armstesta der Angelegenheit unter das Gesetz ver accountantiert. Es ist weiterhin ein Haar struggitter sao, wann haltet der Angelegenheit ohne Verwandte und stürzen entstehen. Denn das Lebens Aargument wird im Inhalburg requisiert nome. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man hat hier einen schönen Blick über den See Genezareth, der ca. 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, bis weit nach Israel. Vor dem Sechstal-Krieg waren die Golanhöhen, syrisches Militärgebiet. Auf einer Anhöhe befindet sich eine alte syrische Befestigungsanlage. An einer Ecke hatten sich zwei UNO-Beobachter postiert. Man konnte tief nach Syrien und nach den Libanon reinblicken. Aus Syrien konnte man geschützt Donnerhöhren. Syrien befand sich zu dieser Zeit im Bürgerkrieg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020